Sie haben es rausgelassen. Gelassen. Wir hatten... Kann ich denn hier durch? Sie haben es rausgelassen. Replay. Es ist Ihnen noch immer auf der Fährte. Wo soll ich hin? Nehmen Sie den Aufzug zu den Geminella Buchen. Sie haben sich... Falls es Ihnen folgt, können wir es dort einsperren. Es ist alles offen wieder. Riccardo, Sie dürfen es nicht noch mal entkommen lassen. Das ist schlecht, Leute. Das ist echt verdammt schlecht. Nachher ist noch so eine... Ah, das ist das andere. Einer nach dem anderen. Die Türen waren verschlossen. Aber die Lüftungsschächte an der Decken waren. Ich weiß gar nicht mehr, ob man hier durch konnte. Ah, da war zu. Wo? Wir beide haben zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es im Einkaufszentrum ein Lager Befreundeter, die den Marshalls noch trauen. Der andere ist Sinclair und seine idioten Crew und deren Waffen. Irgendwo im Wohnbereich. Ich bezweifle, dass wir es einer noch aushalten. Er ist nicht mehr. Alter, das gefällt mir nicht. Ich bin hier sicher, dass Sie hier waren waren. Sag nicht, jetzt kommen noch Menschen. Ich will nicht so viel machen. Ich bin sehr schade. Ich bin sehr schade. ich bin eigentlich was da oder moment irgendwie den aufzug aber da oder ist der aufzug oben ja der ist oben auch das muss ich muss zu den leuten da hoch natürlich nie so doll ist über mir nein ach da ist er scheiße 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 ich hab's dann gesagt shop schon ist geschehen aber eigentlich müsste das elendvieh kommen martine pump kann oder was ich dich auch genau das meinte ich auch scheiße Oh. Du meine Güte. Ja, ist klar, du mich auch. Ich fülle einfach nur diesen... Also, das müsste jetzt sein. Drück da drauf! Ich dachte, ich kann es noch hinkommen. Der Flammenwerfer rettet Leben. Jedenfalls meins. Aber klar, dass das Vieh kommt, wenn die rumballern. Ich bin in Gemini. Ich warte. Die gesamte Einrichtung muss mit Strom versorgt werden. Es gibt einen Lastenaufzug, den sie nehmen müssen. Aber er ist nicht mehr in Betrieb, seitdem Gemini die Gelder gestrichen hat. Auf Lammenwerfer geht aber gut weg. Und was muss ich tun? Mhm. 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 Okay. Sie sehen ganz schön mitgenommen aus. Okay. Ganz schön. Gut, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Ja. Ach, sind wir nicht bei der Polizeistation oder so? Wieder. Ich habe verstanden. 発glasen. Dann ist es nicht mit. Oder das wird verstanden. Ja? Ja. Ah, das wird verstanden. Das ist nicht die, die Sitzung übrig. Carina Energie Rival Wasser Luka. Eine Sicherheitskammer da. Eine Sicherheitskammer.